Guten Abend miteinander. Ich kann ja heute Abend leider nicht dabei sein und das tut mir wirklich leid, weil ich wäre wirklich gerne dabei gewesen. Aber weil ja das eben eine Poetry Slam Gala ist, haben wir dann gefunden, es ist auch gar nicht so unpassend eine Videobotschaft zu machen. Und das machen wir jetzt, nämlich mit dem Grosswort von mir und dann noch zwei Texte im Laufe des Orbig. Und damit sich das auch wirklich richtig anfühlt bei Ihnen, stellen Sie sich einfach vor, das Ganze sage ich so etwas wie die MTV Music Awards und stellen Sie sich einfach vor, ich sage so etwas wie jemand Wichtiges oder so. Gut, dann machen wir das. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend und einen guten Rutsch.